Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu unserem kleinen King of the Ring-Turnier hier bei WWE 2K16. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist natürlich mal wieder Derivano. Hallöche. Jau, ich bin auf der rechten Seite, glaube ich, ne? Das ist richtig. Und ja, du darfst sein Darren Young. Oh, okay. Ich erinnere mich. Bäm, da ist er. Oh, Mann. Und bei mir ist es endlich soweit, meine lieben Freunde. Er ist wieder da. Oh, ich muss ihn dir nochmal rausnehmen. Wird nicht einfach für mich. Mal gucken, wie viel Leben hat der Randy Orton. Jetzt muss es doch einfach klappen. Das wird anstrengend für dich, oder? Du bist bestimmt angespannt. Ich bin total angespannt. Und das nervt mich. Und das ist das Problem, weil wenn ich angespannt bin, dann verkacke ich es. Mal gucken. So, liebe Freunde, Randy Orton wieder am Start. Schauen wir mal. Der ist schon eine Kante, der Randy Orton. Äh, bin ich ja mal gespannt. Jawoll. Fängt das schon mal gut an? Das fängt da schon mal gut an. Äh. Ne, der Randy Orton ist so schwach. Der ist so schwach. Warum kriege ich denn keinen Schlag hin? Das ist doch denn die Scheiße. Weiß ich nicht. Erklär's mir. Da bist du besser auf jeden Fall. Nein. Cut. Oh, schön auf die Bretter. Nein. Nein. Ja. Das hatten wir auch noch nicht. Ey, wir haben ja schon alles durch, ne? Aber das hatten wir auch noch nicht durch. Oh, ich geh wieder rein. Ich kenn dich doch. Hi. Hi. Kleiner Sack. Nein. 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 Alter, es geht hier schon wieder ab. Boah, das ist Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Alter. Boah, Wahnsinn, ey. Nein. Ah, fuck, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ah, da hast du ein Konter-Menü mehr. Scheiße. Aber geile Konter, ey. Oh, wie ich dich rausgekickt hab danach. Das sah episch aus. Ah, das tut richtig gut. Oh, das ist scheiße halt. Ja, da kann man sich halt nicht mehr wehren. Nee, das ist dann vorbei. Aua, das tut doch weh. Hier bewegt sich immer so langsam, der Wendy Orton. Ja, da ist er immer ganz gelassen unten. Ach, der kommt sofort wieder raus. Kann nix machen. Ich hab kein Konter. Oh, der ist auch so ein fairer Typ, dass, äh, dass der auch nicht rausrennt mit er oder so. Oha. Und hier kommt Randy Orton. Komm. La-da-da-da-da. Nein. 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 Autsch. Alter. Ach, jo, 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 jo. Ja, ich hab nix mehr. Nö, 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 nö. Klar, Kameras war für mich viel zu früh, aber ich hab dich schon mal ordentlich angeschlagen. Glaube ich. Dass der schon gut war, ja. Hi, 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 hi. Na, mach doch was, Mann. Tausendmal drückt man hier. Und er hält sich. Und er hält sich. Ja. Ah, jetzt darf ich ihn endlich mal ein bisschen bearbeiten, den Jungen hier. So, Onkelchen. Jetzt gibt's auf die Nase. Oder auch nicht. Du kennst das ja. Au. Hey. Korrekt. No big time right now. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oha, krass. Ja. Ja. Und nochmal. Ja. Oh, herrlich. Ich weiß. Du weißt? La 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 la. Ja. Es hat geklappt. Ja. Bitte. One. Du. Oh. Aber du bist auch noch fit, okay. Aber war schon klein, oder? Ach du, mit deinem fit, Mann. Oh, Mann. Ja, er hat den Comeback. Nein. Ja. Genau da muss er los. Du musst das Comeback kaputt machen. Das muss kaputt sein. Oh. Hä? Wo muss ich denn drücken? Ich will auch was zum Drücken haben. Was soll ich denn drücken? Ach, scheiße. Ja, die Finisher im Liegen oder die S im Liegen sind sehr gefährlich. Oh. Ach, ich hab doch auch als erstes gedrückt. So ein Quatsch. Ja, du hast auch als erstes gedrückt. Wie geht denn das? Ja. Normalerweise müsste das... Oh, Mann. Ey, dieses Vorbeigehobst ja immer. Ach, scheiße. Der Konter hat noch wieder alles. Wahnsinn. Wahnsinn! Nein! Ja! Du Dreck! Ja! Ja! Oh, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ja! Ja! Und kann man, zweitemal. Komm schon, komm schon. One. Two. Nein! 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 Aber das macht nichts. Du hast schon zwei Finisher. Oh. Naja, ich hab mich gedrückt, aber... Hier, komm mal auf. Ah. Nein, jetzt steh auf, die Idiot. Ja, super! Ach, wie ich mir ums vergesse. Oh. Hat er sich verdrückt. Ah. Und gleich ganz verdrückt. Aua! Ja! Oh, oh. Oh, Mann. Meiner kann zum Beispiel nicht abhauen, die Sau. Bin ein... Nicht abhauer. Aaron Westler, ja. Aaron Westler. Ja, die können nicht abhauen. Das gefällt mir alles hier überhaupt nicht. Mein Gott! Ey, jetzt. Nein! Ach, Mann, ey. Das ist doch so ein Katzen. Weißt du mal, wie ich mich immer fühle, wenn du mich verschrötest? Ja. Oh, herrlich. Nein! Oh, bis der mal reagiert. Wahnsinn. Ja, echt heftig hier. Was ist denn los hier? Hm. Komm schon. Oh, du Sau. Dein Leben gerettet hast du dich gerade. Na, komm rein. Hast du dich gerade? Dein Leben hast du dich gerade gerettet? Ah, ja, ja! Er hat es noch geschafft, mein Gott. Oh, Mann. Mein Herz, ey. Ah, herrlich. Der will die Orte. Oh, ist das ein Match, ey. Es kostet mich hier die halben Nerven, du. Oh, oh. Ich hoffe, es klappt. Oh, zu spät. Ey, das geht mir auf den Sack. Der dritte und letzte. Der dritte und letzte. One. Two. Ja. Ja. Bye, bye, meine Orten. Ah, das tut so gut, Ocke. Das ist gar nicht so schlimm, was ich vorhin verloren habe. Oh, der Darren Young. Und man unterschätzt immer die kleinen Schwachen, ne? Aber ich sah am Anfang so schlecht aus für mich. Wahnsinn. Ocke ist wahrscheinlich gerade am Explodieren. Aber wie du siehst, Ocke kann der Wendy Orten wiedergeboren werden. Und trotzdem verliert. Willst du noch irgendwas sagen? Komm, das war ein gutes Match. Es sah teilweise echt übel aus. Aber ich bin gut wieder zurückgekommen. Na, warten wir uns nicht so mal. Na, warten wir uns nicht so mal. Ich hab wenigstens, ich hab wenigstens noch so ein kleines bisschen Ehrgefühl und Stolz. Du hast mit aller Digger ausgehauen, ja? Das ist viel schlimmer. Ja, aber ich hab immer noch so kleines Ehrgefühl und Stolz dahinter, dass ich dich nicht auf Grund und Boden noch auslache, wenn du deinen Lieblingstypen verlierst. Und das machst du schon die ganze Zeit, das kriegst du nicht so zurück, Alter. Das hast du auch gemacht, ich sah nur an der Digger, komm. Das hat Digger, das hast du dich auch gefreut, als ich den verloren hab. Ja. Vielleicht kann ich dir nochmal wählen. Du hast gar nichts mehr. Nein, keine Ahnung, ich ärgere dich nur gerne. Ja, ja. Ja, Randy Orton wird leider in diesem King of the Ring Turnier nicht mehr auftauchen. Aber ich hab ja noch eine gute andere in der Hinterhand. Ich bin jetzt wieder gut vorn mit verlorenen Spielen, deswegen. Ja, mal sehen wir mal als nächstes wiedersehen. Nee, ist doch super cool. Ach Mann, ey. Ich bin gerade überlegen, wurde der nicht schon mal von dem Darren Young besiegt? Ich glaub auch, ey. Waren die beiden das? Ich weiß das nicht mehr. Aber es könnte sein. Obwohl es eigentlich Quatsch wäre, ne? Dann würden die sich ja gar nicht, obwohl dritte Runde könnte sein. Ich müsste mal gucken. Ich bin gerade mal am Schauen. Ja. Ich hab ja das alles noch. Ja, du kannst ruhig weiterreden. Ja, das wird beschränkt. Nee, war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Wer war das das erste Mal? Mach weiter. Achso, ich dachte, der hätte es schon gefunden. Aber anstrengend. Ich musste mich wirklich, wirklich konzentrieren. Man hat's gemerkt, der war ein bisschen ruhiger. Ich bin einfach zu aufgeregt bei sowas. Das geht dir auf den Sack. Dann tut mir das. Ja, das hab ich schon gemerkt. Dann hast du ein paar Mal ins Leere gegriffen. Nee, als erstes war es Santino Marella. Ah, okay. So ein Würstchen, okay. Du blöder Penner, ey. Immer noch ein bisschen. Nee, aber ich hab's gemerkt. Ich hab's ja auch gehabt beim letzten. Ich hab gepackt und der packt dann nicht. Und du hattest es vorhin auch. Der packt zweimal. Dann hatte ich einfach verdrückt. So, ja, manchmal ist es wirklich, äh, ein bisschen Pech auch mit dabei. Naja. Und dann natürlich die Aufgeregtheit, ne. Aber macht nix. Ist ja nur ein Spiel. Macht Spaß. Macht lustig. Und klar tut's gut. Aber du hast doch genug andere Gute drin. Und der Kampf, der Turnier ist noch nicht vorbei. Woher hab ich den noch Gute? Ja, du bist dran, Onkel. Viel Spaß. Ja, also dann würde ich sagen, scheiße. Renke Orton, so schnell wie er da war, ist er auch wieder gegangen. So kann's kommen, wenn der Onkel den, äh, hat. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Ciao.